Showa Dainichi, 66 cm frischer Sansai Weitlich, das ist der beste von den Sansai, mit Abstand. Haben wir als Tosei gekauft, war als Tosei schon sehr teuer, aber hat sich gut gemacht. Als Tosei war das Penny fast gelb, weil ich bin mir nach wie vor sicher, dass das noch dunkelrot war, das hat sich auch sehr gut entwickelt. Der Sumi ist super gut, das ist ein ganz ganz toller Fisch. Das ist doch für mich einer der besten Showa, was wir bis jetzt gekauft haben überhaupt. Hat Motoguga und beiden Flossen vom Marsia 66 jetzt im September, als Sansai ist ein super Mars. Das ist Dainichi Nigata und ist als Tosei auf einer Auktion gekauft worden. Endmaße plus 80 cm locker.